Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Am Freitag ist in Fröndenberg in der Wohnzimmershow und ich sehe aus dem Fenster und was sehe ich? Gestern war ja noch eitel Sonnenschein bei 30 Grad und am Abend braute sich dann ein Gewitter zusammen mit unwetterartigen Regenfällen und heute Morgen haben wir dann nur noch schlappe 23 Grad hier gehabt und es ist verhangen. Aber man hat ja Hoffnung, dass der Sommer nochmal zurückkommt. Ich habe heute wieder eine Menge unterhaltsames, informatives im Gepäck, unter anderem auch Musik. Und zwar kommen wir jetzt ins Jahr 1964, Gitte und Rex Gildo, das Traumpaar des deutschen Schlagers. Und im Anschluss daran dann ein weiterer Bericht vom gestrigen Studiogast von und mit und über Eugen Zümner. Jetzt dreht die Welt sich nur um dich, für dich und mich. Das wird für mich, werde ich für mich nie in der Zeit. Denn diese Welt ist ohne dich, ja ohne mich. Ganz ohne Glück, 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 ganz ohne Glück. Und heute zu Gast in der Wohnzimmershow in Folge, weil du noch immer so viel zu erzählen hast. Was ich dich nie gefragt habe, war ja, du hast ja gesagt, du bist erst sehr spät zu deiner Profession als Fotograf jetzt gekommen. Da ist ja die Frage naheliegend, was hast du denn in deinem früheren Leben gemacht? Ich habe als Maschinenbau-Ingenieur gearbeitet in einem großen deutschen Industrieunternehmen. Das heißt wie? Ude. Ude. Ja, das kenne ich. U-H-D. Ja, damals war es nur Ude. Und das ist jetzt irgendwo in so einem anderen Konzern untergegangen. Aber du hast wahrscheinlich, nehme ich an, dich immer für Kunst interessiert, für Theater und für Fotografie im Besonderen. Das war meine Leidenschaft für mein ganzes Leben lang. Und du bist ja auch familiär eingebunden in die Kunst, weil ja deine Frau auch als Künstlerin tätig ist. Was macht sie? Meine Frau macht seit 25 Jahren bildende Kunst, Malerei, Kalligrafie, sogar Bildhauerei, schreibt auch Texte. Und ich bin erst seit 10 Jahren in der Öffentlichkeit. Also ein Spätberufener? Ich habe zwar mein Leben lang fotografiert, aber in den letzten 10 Jahren ist es dann ganz intensiv geworden. Also ich kann das ja nur daran beurteilen, wenn ich sehe, mit was für einer Ausrüstung du fährst. Und man ist ja immer ganz beeindruckt, wenn man diese langen Objektive hat. Also ich werde das nachher auch noch mal im Film kurz darstellen, damit man überhaupt sieht, wie Eugen reist. Das werden wir euch nachher noch zeigen. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und natürlich auch heute wieder Berichte Aus dem Hellweger Anzeiger Da haben wir zum einen das Verdienstkreuz für Friedrich Höhlink Und mehr Babys in Deutschland Nicht ohne Fragezeichen, sondern eine Feststellung Also es ist ein leichter Anstieg in der Geburtenrate Strahlenbelastung für Flugpersonal steigt Und aus Freundenberg haben wir heute den Hellweger von 1846 Da wird mal was drüber geschrieben Und Umwege muss man in Kauf nehmen Weil wir doch im Moment so viele Baustellen haben Wir haben ein Geburtstagskind des Tages Heute wird die ehemalige Filmschauspielerin Und Fernseherztin Marianne Koch 80 Jahre jung Müssen wir sagen Wir haben uns ja gestern über Senioren unterhalten Best Ager Und auch Marianne Koch Ist zwar jetzt 80 Jahre Sieht aus wie 65 Und hat die Leistungskraft einer 50-Jährigen Und wir gratulieren an dieser Stelle recht herzlich Marianne Koch Ja und wir machen jetzt weiter mit Musik Und auch da haben wir eine Best Agerin Die man eigentlich auch kannte Im Duett mit ihrem Mann Abi Aber sie ist nach wie vor solistisch unterwegs Esther Ofare Ich will nicht weinen Bei deinem letzten Kuss Lang schon fühl ich im Herzen Dass es so kommen muss Aber ich würde immer Sehnsucht tragen Sehnsucht nach dir Morgen ist alles vorüber Morgen ist alles vorbei Morgen ist alles vorüber Ja und ich muss jetzt auch fort von hier Meine Zeit ist abgelaufen Der Clip ist ja immer nur so kurz Und manchmal möchte man ja viel mehr erzählen Geht aber nicht In diesem Sinne macht nichts Was ich heute nicht auch tun würde Ich moderiere heute unter anderem um 18 Uhr Die Hitparade bei Radio VHR Top 25 Denkt immer dran Egal wie es Wetter ist Macht euch was Schönes aus diesem Tag Ich bin bei euch Ich bin bei dir Ich bin bei allen Und in diesem Sinne Alles Liebe Alles Gute Und bis morgen Bleibt mir gewogen Und in alter Frische Ein aller herzlichstes Om Lchu monstente Lack Los 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 Ich weiß, es ist ein Danke, es ist ein Danke, es ist ein Danke, es ist ein Danke.